And you say I will be the one to let this go Gut, hier ist auch nix Hier ist noch einer Letzten Kaya bist du Was hast du hier zu suchen? Wo ist Aerith? Aerith? Woher kennst du diesen Namen? Du bist doch nicht etwa Du meinst das Kind? Die Fertnerin? Die habe ich mir hier auch Sorgen gemacht Und mit weiterer Konkurrenz das Feld betreten hätte Was soll das heißen? Sie ist das nicht Es ist jemand anderes Ey, wo sollen wir die Karte herbekommen? Hm Wartet mal kurz So Es müsste gleich mein Handy losgehen Dann wird sich mal kurz das Handy rüber Mein Headset ist ja schön lang Als ich die Aufnahme ein bisschen weiter mache So Hm Solange ich keinen Speicherpunkt finde Ist das ein bisschen Abnormal gerade hier Boah, das packen wir es mit ein So Ich kann mich nicht erinnern Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Schade Gibt es hier noch einen, den wir vergessen haben? Oder noch kurz dieses Voip Voip kam ja auch Hanno Das müsste ja erstmal kurz hoch Hm Was kam da oben? Bei der 65 war das, glaube ich Ne, jetzt wird er höher. Wie kam das? Genau. Mal sehen, vielleicht kommt der runter, dass wir die Karte von dem bekommen. Äh, ich will die Karte haben. Hm. Und da bin ich jetzt geplättet. So, das war wieder ein Geräusch da. Ich meine, hätte nutzen können. Jetzt sitzt er wieder da oben. Wir müssen warten. Wir müssen hier, ich warte jetzt hier erstmal kurz. Augenblick. Geht ihr jetzt da runter? Mal sehen. Das meine ich. Klupp. Rettig. Aus. Ende. So. Kommen immer diese Geräusche. Muss doch eh noch mal vorbeikommen hier. Da seht ihr einen. Das ist wieder. Na? Muss doch was kommen. Na los. Na gut, dann müssen wir wieder wahrscheinlich runter. Ja, sein können, dass da noch einer vorbeikommt. Der kommt dann rein und wir hätten ihn überwärtigen können. Das ist ja alles suboptimal, optimal gerade hier. Das ist ja nirgends so ein Speicherplatz. Ich verstehe. Das sieht aus, als würde ich hier langsam seine Bestandteile auflösen. Die Tür hier steht in Sperrange weit offen. Das muss sofort in Ordnung gebracht werden. Wenn du schon mal dabei bist, kannst du dich auch gleich um die anderen Stockwerke kümmern. Dann gebt ihr das hier. Gut, Karte 62. Super. Na gut, wir haben es. Jetzt haben wir es. Jetzt geht es weiter. Ich muss wohl ein bisschen die Aufnahme ein bisschen in die Länge ziehen, weil ich habe hier nirgends wohl einen Speicherplatz. Das ist ja so suboptimal gerade hier. Plupp. Okay, hinten ist nichts. Jetzt eine Bücherei. Musik, ich meine schon. Markoenergie. Zählen. Zwei. Rauminteressende. Ich habe schon so ein klick auf der Schilder. Aha. ja das wird wahrscheinlich irgendwas anderes sein hier wahrscheinlich wieder so ein rätsel sein hart angenehm der ist hart dies ist das büro des bürgermeisters von midgar ja domino ist in seinem büro aber der stellvertretende bürgermeister ich bin der stellvertretende bürgermeister wenn sie sich mit fragen gerne an mich und wir könnten sie sein wir sind sicher dieser domino bürgermeister von midgar ich bin aber nur pro forma bürgermeister die stadt und alles in ihr wird von chandra inc geführt mein einzigster echter job besteht darin chandra dokumente zu verwalten ich der bürgermeister ein bibliotheker sie möchten von nach oben wenn sie das passwort erraten gebe ich ihnen meine codekarte ja genau erraten sie ja das passwort und ich gebe ihnen meine codekarte wenn sie es beim ersten versuch erraten bekommen sie noch ein speziell objekt als zugabe dazu auch nö oder alles klar dann sag's er klasse warten sie jetzt die bibliotheken tecken hier mal abkrabbeln so materialien dürfen nicht weitergegeben werden es ist verboten materialien aus diesen stockwerk mitzunehmen 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 7 7 5 8 8 8 8 8 9 10 9 10 10 11 11 12 12 14 15 15 13 12 12 15 14 Space-Programm, Space-Programm, äh, passiert auch nichts, hm, Space-Programm, da ist die Makroenergie, hm, der positioniert, Soul Charm, so, wie schön nach hast du es hier, dieses Bibliothek für öffentliche Ordnung und Waffenentwicklung, Materialien bitte zurückstellen, Materialien aus anderen Bibliotheken gehören nicht her, sich die ordnen oder was, haben sie den Bürgermeister gesprochen, was, ein Passwort, ah, verstehe, der hat so viel Zeit, aber da hat er keine Schuld, denn Midgar kontrolliert Präsident Shinra alles, vielleicht kann ich ihm helfen, was wollen Sie wissen, Hilfe, natürlich, okay, als Beamter muss ich den Bürgern dienen, hier ist ein Hinweis, für 500 GB, oh, fein, vielen Dank, hören Sie zu, in diesem Stock gibt es vier Bibliotheken in vier Bereiche der Shinra Inc., in jeder sind Teile des Passwortes versteckt, Sie müssen die Akten in jedem Raum genau anschauen, der Bibliotheksname steht jeweils auf dem Schild vor der Tür, aha, ins Wochenforschung, ich muss alles genau durchstöbern, aha, Regener Shinra, also ich gehe mal kurz die, noch mal die Passwörter gucken, oh, das wird ein ganz schönes Stückchen hier erarbeitet, alles klar, dann sag's, Best King of Bomb Mako, Mojo, so, ach ne, mal kurz, äh, Stift, da, ähm, Best King, King, äh, Orbs, Orbs, Bombs, ne, Bombs, Marco, Marco, Marco und Hojo, stimmt ja, Hojo gibt's ja auch noch, bitte warten Sie, äh, mal sehen, vielleicht krieg ich ja das Spezialobjekt, ich muss erstmal herausfinden, wie das hier funktioniert, also bred, äh, mit G Der Cityplanning... Warte mal... 3... Oh, ne... Ich verstehe langsam... Hier ist... Stadtentwehr... Forschungsbibliothek... Hm... Dann bin ich ja jetzt geplättet... Ich könnte nur eins gucken... Und zwar... Ich könnte im Internet gucken... Aber ich will jetzt ja nicht extra... Kurz einen Stopp machen... Ach, das kriegen wir so raus jetzt hier... Wissenschaftliche Forschungsbibliothek... Gut, was haben wir denn hier... Mitgercrime... Forschung ist das nicht... Ist die History... Biologie... 3... B... 4... Stageland Center... 3... 1... 1... 2... 2... 3... 4... 4... 3... 5... 6.... 4... 5... 5... 5... Vielen Dank.